Ich bin der Fabi, bin 20 Jahre alt und im dritten Ausbildungsjahr zum Chemielaboranten bei Roche in Penzberg. Roche ist eines der weltweit führenden, forschenden Gesundheitsunternehmen für die beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics. Weltweit arbeiten so wie ich mehr als 97.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und effektiv zu behandeln. Dabei konzentrieren wir uns auf die Entwicklung innovativer Arzneimittel und diagnostischer Tests, die dazu beitragen, das Leben von Patienten zu verlängern und ihre Lebensqualität zu verbessern. Ich bin die Vera, bin 21 Jahre alt und ebenfalls im dritten Ausbildungsjahr zur Chemielaborantin bei Roche in Penzberg. Um uns eine abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung zu ermöglichen, haben wir neben der praktischen Arbeit auch theoretischen Unterricht, indem wir durch moderne Unterrichtsmittel an die fachlichen Inhalte herangeführt werden. Insgesamt werden im biotechnologischen Ausbildungszentrum mehr als 300 Jugendliche ausgebildet. Hierzu stehen uns modernste Technik und kompetente Ausbilder aus allen Fachbereichen der Pharmaforschung und Diagnostik zur Verfügung. Zusätzlich haben wir mehrere Einsätze in unterschiedlichen Fachabteilungen, bei denen wir Einblicke in den Alltag eines Chemielaboranten erhalten. Mittels chromatografischer Verfahren lassen sich Stoffgemische trennen und so selbst winzigste Spuren noch analysieren. Im präparativen Labor werden einfache und weiterführende Reaktionen der organischen Chemie am praktischen Beispiel erlernt. Wir Chemielaboranten am Standort Penzberg sind an der Forschung, Herstellung und Entwicklung von Medikamenten beteiligt. Diese können helfen, Leben auf der ganzen Welt zu retten. Mein Job als Chemielaborant ist deshalb auch so wichtig. Mittags oder in der Pause treffen wir uns in einer der drei Kantinen. Wir Chemielaboranten führen Analysen und Qualitätskontrollen, Synthesen und messtechnische Aufgaben selbstständig durch. Dabei planen wir die in Laboratorien vorkommenden praktischen Arbeitsabläufe, protokollieren die Arbeiten und werten die Arbeitsergebnisse aus. In der Ausbildung zum Beruf des Chemielaboranten werden auch biologische Inhalte wie Zellkulturtechnik, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Biochemie oder die Fermentation vermittelt, die bei Roche als Biotechnologieunternehmen in den Fachabteilungen später Anwendung finden. Wir Azubis lernen dabei im Praktikum den Umgang mit den Zellen, das sterile Arbeiten und die dafür typischen Arbeitstechniken kennen. Wir Chemielaboranten tragen viel Verantwortung und arbeiten sicher und umweltschonend, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Neben meiner Arbeit wird bei Roche auch die Gesundheit großgeschrieben. So haben wir Azubis und auch alle Mitarbeiter am Standort Penzberg die Möglichkeit, das firmeneigene Fitnesscenter zum Beispiel nach der Arbeit zu nutzen. Die Ausbildung zum Chemielaboranten bei Roche ist spannend, abwechslungsreich und vielseitig. Auch die persönliche Entwicklung wird bei Roche sehr gefördert. Täglich lerne ich etwas Neues dazu und bin umgeben von Menschen, auf die ich mich jeden Tag freue. Möchtest du auch dazugehören? Dann bewirb dich unter www.roche.de